Mit zunehmendem Alter werden alltägliche Aufgaben oft zur Herausforderung. Besonders Besorgungen und Einkäufe, die außerhalb der Wohnung erledigt werden müssen. Nachlassende körperliche Kraft, Mobilitätseinschränkungen und das wachsende Unsicherheitsgefühl beim Autofahren tragen dazu bei, dass viele Senioren ihre Besorgungen nicht mehr selbst erledigen können. Eine Einkaufshilfe kann in diesen Fällen die notwendige Unterstützung bieten. Wann ist eine Einkaufshilfe sinnvoll? Eine Einkaufshilfe bietet Entlastung, wenn Mobilität, Kraft oder Sinne eingeschränkt sind. Für Senioren, die Schwierigkeiten beim Gehen haben oder schwere Einkäufe nicht mehr tragen können, übernimmt die Einkaufshilfe die Belastung. Auch bei Seh- oder Hörproblemen bietet sie Unterstützung, indem sie Produkte findet und über Preise und Inhaltsstoffe informiert. Senioren mit Gedächtnisproblemen profitieren davon, dass die Einkaufshilfe alles Nötige besorgt und nichts vergisst. Besonders für Menschen, die sich beim Einkaufen unsicher fühlen oder allein schnell ängstlich werden, bietet die Begleitung Sicherheit und sorgt für ein beruhigendes Gefühl in ungewohnten oder stressigen Umgebungen. Wenn Sie sich noch nicht für eine Einkaufshilfe entscheiden, jedoch abgesichert sein möchten, könnte ein mobiler Hausnotruf genau das Richtige für Sie sein. Denn so sind Sie rund um die Uhr überall abgesichert und können im Notfall mit nur einem Knopfdruck Hilfe rufen. Für maximale Absicherung ist der mobile Hausnotruf von Libify ebenfalls mit einem Sturzsensor und GPS-Ortung ausgestattet. Mehr Informationen finden Sie unten in der Beschreibung. Häufigkeit und Planung der Einkaufshilfe Die Häufigkeit der Einsätze hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Manche Menschen benötigen nur gelegentlich Unterstützung, andere möchten feste Termine pro Woche. Für eine effektive Unterstützung ist es ratsam, eine Liste mit benötigten Produkten zu erstellen und besondere Wünsche oder Anforderungen im Vorfeld zu klären. Es kann auch festgelegt werden, ob die Einkaufshilfe die Einkäufe begleitet oder sie eigenständig erledigt. Kosten der Einkaufshilfe Die Kosten variieren je nach Anbieter, Region und Umfang der Unterstützung. Im Durchschnitt liegen sie bei etwa 15 bis 30 Euro pro Stunde. Pflegebedürftige Personen mit anerkanntem Pflegegrad können die Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b SGB 11 nutzen, die monatlich 125 Euro für Dienstleistungen wie eine Einkaufshilfe oder andere entlastende Maßnahmen bereitstellen. Wichtig ist, dass die Einkaufshilfe von anerkannten Diensten kommt und die Kostenübernahme bei der Pflegekasse beantragt wird. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Kosten erstattet werden. Alternativen zur Einkaufshilfe Neben der klassischen Einkaufshilfe gibt es verschiedene Alternativen. Nachbarschaftshilfe In vielen Gemeinden gibt es Nachbarschaftsnetzwerke, in denen Freiwillige Aufgaben wie Einkaufen übernehmen. Hier helfen oft freundliche Nachbarn, was auch das soziale Umfeld stärkt. Online-Lieferservices Zahlreiche Supermärkte und Plattformen bieten Online-Bestellungen mit Lieferung an die Haustür an. Dies ist eine bequeme Möglichkeit für Senioren, die Einkäufe direkt nach Hause zu bekommen und unabhängig von Öffnungszeiten zu bleiben. Ehrenamtliche und soziale Dienste In vielen Städten bieten gemeinnützige Organisationen oder Kirchen kostenlose oder kostengünstige Einkaufshilfen an. Diese Dienste können meist über die Pflegekasse finanziert werden, was die Kosten für Senioren gering hält. Fazit Eine Einkaufshilfe ist für viele Senioren und pflegebedürftige Menschen eine wertvolle Unterstützung. Sie erleichtert den Alltag, nimmt den Druck von Besorgungen und sorgt für mehr Sicherheit. Dank der Betreuungs- und Entlastungsleistungen ist eine finanzielle Unterstützung möglich, die es pflegebedürftigen Menschen einfacher macht, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. So bleibt die Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alltag erhalten, ohne die Senioren zu überfordern. Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten, schauen Sie gerne in die Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie weitere interessante Beiträge. Und wenn Sie immer auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter. Den Link dazu finden Sie ebenfalls unten in der Beschreibung. So verpassen Sie keine neuen Inhalte mehr und sind stets bestens informiert. Libify. Einfach sicher fühlen.